Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Wir müssen reden. Wir müssen uns einmal ernsthaft unterhalten. Und zwar geht es heute um das Thema Preise unserer liebsten Games oder generell, wie ist die Entwicklung der Spielepreise zu beurteilen. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Bei vielen Spielen in den Steam-Diskussionsforen sehe ich Kommentare wie, ey, das Spiel ist keine 20 Dollar oder Euro wert. Ihr könnt hier keinen Vollpreistitel raushauen. Es ist nur ein kleines Indie-Game. Wenn es im Sale ist, kaufe ich es mir. Fünf Euro würde ich bezahlen, mehr aber auch nicht. Und das hat mich tatsächlich darüber nachdenken lassen, ob die Spiele, die wir spielen, zu teuer sind oder nicht. Und mich interessiert da auch ganz, ganz stark tatsächlich eure Meinung. Der erste Gedanke, der mir tatsächlich aufkam, war, ich hatte das schon mal erwähnt an anderer Stelle, dass ich jetzt seit 33 Jahren tatsächlich Gamer bin. Nintendo, also NES, Super Nintendo, Game Boy, Playstation, Xbox. Ich habe alles durch, alles durch. Handhelds bis zum geht nicht mehr. Und eine Situation kommt mir tatsächlich, oder eine Situation kommt mir immer wieder in den Sinn, die kann ich nicht vergessen. Ich habe mir damals für meinen Super Nintendo WWF Royal Rumble, so ein gutes altes Wrestling-Spiel, gekauft. Und das Ding hat 140 Mark gekostet. 139 Mark und 99 Pfennig. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich diesen Karton hatte mit dem Aufkleber drauf und gesehen habe, 140 Mark. Habe ich mir natürlich abgespart vom Taschengeld bis zum geht nicht mehr. Meine Eltern haben mir auch was dabei gegeben. Und würden wir das mal auf ein heutiges Spiel umrechnen, wären wir bei 70 Euro. Wenn wir jetzt wirklich mal ganz simpel 2 zu 1 rechnen, dann wären wir bei 70 Euro. Und 70 Euro kostet heute in der Regel kein Spiel. Ich meine, wir haben Final Fantasy 7. Liegt, glaube ich, müssten wir gleich mal gucken. Wenn es nicht im Sale ist, glaube ich, sogar bei 80 Euro. Keine Ahnung, wer das ausgibt. Also dieses Remake Integrate, glaube ich. Aber sonst, ganz ehrlich, Leute, wer bezahlt 70 Euro für ein Spiel? Jetzt ist es so, wenn wir, ich bin jetzt einfach mal ganz, einfach hier in den Store gegangen und wir schauen mal. Also das sind jetzt einfach Spiele, die den Kompatibilitäts-Check für Steam Deck bestanden haben. Wir sehen hier X4 Foundations. Kostet normalerweise 50, jetzt 25. Hogwarts Legacy 60. Werde ich mir auch noch kaufen, definitiv. Da warte ich aber auf ein Sale. Denn da muss ich sagen, 60 Euro. Ich weiß, dass da unfassbar viel Arbeit drinsteckt. Aber es gibt einfach so viele Spiele, die nicht so viel kosten. Da kann ich warten. Da kann ich tatsächlich warten. Escape Simulator 15 Euro. Persona 5 60 Euro. Das heißt, hier oben haben wir ein paar Vollpreistitel drin. Hier haben wir was im Sale. Valheim kostet 20 Euro. Wenn wir jetzt mal runtergehen, wir sehen, wie gesagt, viele Sachen, die im Sale sind. Auch Cyberpunk ist, glaube ich, gefühlt immer im Sale. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann mal den Vollpreis kostet. Elden Ring aktuell 60 Euro. Gehen wir dann aber weiter runter. Auf Neu und Angesagt sehen wir Wild Frost knapp unter 20. Bioprototyp 4. Dredge 25. Wo ich persönlich denke, okay, für einen Indie-Titel, das ist schon viel. Es ist nicht zu viel. Es ist ein super, super, super gutes Spiel. Aber das ist schon für ein Indie-Spiel recht viel. Meet Your Maker 30. Dann haben wir wieder Hogwarts Legacy. Vampire Survivors im Sale für 4 Euro. Normalpreis 5 Euro. Und da sieht man natürlich, vergleicht man das mit den Preisen damals, beispielsweise zu Super Nintendo-Zeiten oder zu PS1-Zeiten, sind die Preise generell erstmal niedriger. Jetzt ist natürlich die Frage, gab es damals mehr Content? Bedeutet mehr Content auch ein höherer Preis? Und ich kann euch sagen, bei Royal Rumble, ich glaube, ich müsste nachgucken. Ich weiß es nicht. Die Cartridge habe ich leider nicht mehr. Aber da gab es vielleicht 15 Kämpfer, wenn überhaupt. Man konnte Royal Rumble durchspielen und das war es. Also viel Content war da nicht. Aber trotzdem habe ich Stunden, Stunden, Stunden gespielt. Einfach, weil es kein Überangebot an Spiele gab. Also es bedeutet nicht, mehr Content gleich kostet mehr. Wobei, klar, Hogwarts Legacy hat, glaube ich, eine 40-Stunden-Kampagne. Wir haben gerade bei Cyberpunk gesehen, da dauert ein guter Durchgang 60 bis 80 Stunden. Elden Ring hat man auch viele, viele Stunden. Aber ich kann euch auch sagen, beispielsweise Wild Frost. Ein unfassbar guter Rook-Like-Deck-Builder. Habe ich bereits zwei Videos zu hoch geladen. Kostet 19,49. Habe ich jetzt? Wie lange habe ich das gespielt? Schauen wir mal ganz kurz. Steht es hier schon bei mir? Elf Stunden. Elf Stunden und es ist, glaube ich, rausgekommen, also vor einer halben Woche oder so. Das heißt, hier kann man auch sehr viel Zeit tatsächlich mit verbringen. Und wenn wir jetzt mal die Inflation und generell dieses alles ist teurer geworden mit rein berechnen, finde ich persönlich die Entwicklung, dass jetzt Spiele in der Regel weniger kosten als vor 30 Jahren, schon sehr beeindruckend. Und die man tatsächlich, oder das ist etwas, ein Gedanke, den ich so nicht gefasst habe, wo ich wirklich aktiv drüber nachdenken musste. Genauso bei Playstation-Spielen. Die waren früher, wenn die zum Vollpreis angeboten wurden, die haben in der Regel, was haben die gekostet? In Euro 40, 50 Euro immer. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendein Spiel gab, was am Anfang direkt für 20 Euro released wurde. Ich meine, wir dürfen noch nicht vergessen, wir sind jetzt beispielsweise in Zeiten, wo es den Game Pass beispielsweise gibt für die Xbox, die ich auch habe. Und ja, ich habe auch den Game Pass. Oder bei Playstation, PS Plus, dort werden auch Spiele einfach umsonst angeboten. Beim Game Pass über 100 Spiele. Könnt ihr euch einfach runterladen. Das Ding kostet 12 Euro, glaube ich, im Monat, wenn ihr die Ultimate-Edition habt. Oder 13 Euro. Und ihr könnt die Spiele so viel und so lange spielen, wie ihr wollt. Das ist also eine Spiele-Flatrate. Das heißt, ich habe mir tatsächlich zwei Spiele gekauft. Zwei Spiele in meinem Leben für die Xbox gekauft. Einmal, als ich sie ganz frisch gekauft habe. FIFA 1 21. Leider als physische Version würde ich im Leben nicht mehr machen. Denn ich habe gedacht, cool, einfach eine CD rein und dann kann ich davon spielen. Aber gerade diese Vorteile, die man durch digitale Spiele hat, gerade bei der Xbox. Dass ihr schnell zwischen den einzelnen Spielen switchen könnt, die sind bei FIFA nicht gegeben. Denn trotzdem musste ich das Spiel runterladen komplett. Trotzdem hat es lange gedauert, bis das Spiel komplett installiert war. Der einzige Unterschied ist, ich muss die CD eingelegt haben, um das Spiel überhaupt starten zu können. Das heißt, ich kann nicht einfach ganz locker schnell zwischen Spielen hin und her switchen, wenn ich jetzt viele Spiele auf CD hätte. Das heißt, da haben für mich digitale Downloads definitiv einen großen Vorteil. Wobei ja, man kann sie nicht verkaufen, beispielsweise über Kleinanzeigen, wenn man ein Spiel durch hat. Aber das ist wahrscheinlich eher ein Thema für eine andere Folge von Wir müssen reden. Es ist allerdings so, dass durch diesen Unterschied oder durch diese Wandlung von damals gab es nur physische Spiele, Cartridges, CDs, DVDs hin zu diesen digitalen Downloads, sorgt einerseits natürlich dafür, dass die ganzen Preise, die für die Herstellung der physischen Version aufgebracht werden müssen, dass der Vertriebsweg wegfällt, das Marketing im Laden, falls man dort irgendwas ausstellen möchte, fällt weg. All das fällt weg. Aber, was ihr nicht vergessen dürft, am Beispiel von Steam, die nehmen 30% aller Verkäufe. Good Old Games, 30% aller Verkäufe. Microsoft Store, 30% aller Verkäufe. Der Epic Store hatte, zumindest 2019 lag der bei 12%. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon wieder hochgegangen sind, aber sind wir mal ehrlich, gerade auf dem Steam Deck. Und generell würde ich behaupten, dass Steam tatsächlich die größte Vertriebsplattform ist. Und die nehmen sich 30%. Würde man diese 30%, ich meine, die sind natürlich in irgendeiner Art und Weise in den Verkaufspreisen mit eingerechnet. Na klar. Aber würde man das rausrechnen, wären die Spiele ja noch viel günstiger. Das heißt, ich behaupte tatsächlich, wie gesagt, ich weiß nicht prozentual gesehen, wie viel bei einem Spiel in physischer Version dieser komplette Vertriebsweg und die Herstellung ausmacht. Aber 30% von Steam ist auch schon, meiner Meinung nach, ein großer Haufen, den Steam sich da abgreift. Und das muss natürlich auch einfaktoriert werden in dem Verkaufspreis. Diese Diskussionen tatsächlich, ob ein Spiel, ich habe es auch bei Wild Frost gelesen, 1949, das ist ja nur, nur ein Indie-Spiel, ist das das Spiel oder ist das überhaupt den Preis wert? Hätte man nicht 10 Euro machen können, 12 Euro machen können oder 15 Euro machen können. Nur weil etwas ein Indie-Spiel ist, heißt das nicht, dass dort weniger Arbeit einfließt, dass dort weniger Content geboten wird. Ich meine, klar, wir haben jetzt in der Regel keine großen Story-Spiele mit 40, 50, 60 Stunden Spielzeit. Aber wenn wir beispielsweise Can of Wormholes nehmen, unfassbar kreatives Spiel, oder wenn wir Wild Frost nehmen, wo man unfassbar viel Zeit mit verbringen kann oder selbst ein Shotgun King. In dem Sinn ein simples Schach-Rugelike, da gehen Stunden drauf. Das heißt, der Content wird geboten und die Arbeit steckt da natürlich hinter. Wir haben hier kein großes Entwicklerstudio wie bei EA oder wie bei Ubisoft hinter stecken. Wild Frost beispielsweise ist ein Spiel von zwei Entwicklern. Zwei Entwickler oder Stardew Valley, ein einziger Entwickler hat dieses Spiel letztendlich erschaffen. Dwarf Fortress, das waren zwei Leute, zwei Brüder, die dieses Spiel seit 20 Jahren entwickelt haben und jetzt einfach mit verbesserter Grafik auf Steam rausgebracht haben und plötzlich Millionäre sind. Das heißt, da fließt unfassbar viel Zeit eben von den Indie-Entwicklern rein. Und daher finde ich dieses Argument, es ist ja nur ein Indie-Spiel, dafür darf man gar nicht so viel verlangen, ein wenig überholt und nicht passend. Ich meine, hätte ich 60 Euro für Wild Frost bezahlt? Nein, bin ich ganz ehrlich, hätte ich nicht. Denn natürlich findet eine gewisse Differenzierung zwischen Indie und AAA-Game statt. Das ist ganz klar. Aber trotzdem kann man nicht verlangen, ein Indie-Game für 5 Euro zu bekommen. Ich meine, klar, es gibt Sales, gerade Steam hat einen Summer-Sale, einen Spring-Sale, Midnight-Sale, Weekend-Sale, Publisher-Sale, Sales bis zum Abwinken, Sales, Sales, Sales. Und dort kann man wirklich viele Schnapper machen. Und ja, ich habe, seitdem ich mein Steam-Deck habe, seit, ich habe es jetzt seit Februar letzten Jahres, ich habe in der Zeit, glaube ich, an die 90 Spiele gekauft, hätte ich das damals gemacht, zu PS1-Zeiten oder zu Super-Nintendo-Zeiten, ich wäre komplett arm geworden. Ich wäre komplett arm geworden. Das heißt, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, gerade in dieser Free-to-Play-Zeit, wobei ich das Gefühl habe, das flacht schon wieder ab, also dieser Peak von Free-to-Play, der war schon mal höher, dass man wirklich einfach alles umsonst spielen will, weil diese ganzen Lootboxen, die braucht man ja nicht. Man kann es ja auch so spielen. Sind wir ehrlich, die Free-to-Play-Entwickler machen einfach mehr Geld, als wenn einer ein Spiel zum normalen Preis verkauft. Und von daher sind das Sachen, die gerade bei Jugendlichen oder Kindern einfach diesen Trigger auslösen. Ich merke selber, mein Sohn sagt bei Stumble, ey komm Papa, ein Euro, ein Euro, dann kriege ich hier einen tollen Skin. Aber da sage ich auch, hey, nein, nicht ein Euro, weil dann bleibt es nicht dabei. Und das weißt du ganz genau. Genau. Und gerade in dieser Free-to-Play-Zeit fällt es natürlich noch schwerer vielleicht zu sagen, okay, ich gebe jetzt wirklich Geld für ein Spiel aus, welches ich dann spielen kann, wo ich eben keine weiteren Kosten habe. Ich meine, klar, es gab früher keine große Indie-Szene. Es gab eine Homebrew-Szene, da wurden ein paar Homebrew-Spiele letztendlich dann entwickelt. Aber das war nichts Großes. Jetzt kann theoretisch jeder ein Spiel entwickeln und das über jegliche Plattformen oder auch Self-Publishen und gar nicht über Steam gehen. Da hat man natürlich nicht so eine Reichweite. Aber jetzt gibt es natürlich ein Überangebot an Spiele, ein Überangebot. Und dadurch muss man sich natürlich absetzen, das ist keine Frage. Und wie setzt man sich ab? Aber wenn man jetzt beispielsweise ein bekannter Publisher ist, ich meine, bei Wild Frost steht Chucklefish hinter. Chucklefish kennen viele von vielen anderen Spielen. Wenn wir jetzt aber ein Spiel haben, welches dann von einem neuen Entwickler kommt, wo kein Publisher hinter steckt, dann muss man einfach einen Kampfpreis anbieten. Ja, das verstehe ich auch. Denn wer kauft sich ein Spiel für 30 Euro, 40 Euro, ohne letztendlich zu wissen, was da hinter steckt? Ich meine, klar, wenn dann irgendwann mal der Zug in Gang gesetzt wird und immer mehr Leute kaufen das und man sieht beispielsweise hier Dredge Boys, äußerst positiv, 6500 Reviews muss ich kaufen. Da gibt es zig Let's Plays zu, übrigens auch eins auf meinem Kanal. Dann kauft man das. Aber ist man unbekannt und hat kaum Reviews, muss man sich absetzen. Und das geht eigentlich nur über einen günstigen Preis. Bei Dredge steht beispielsweise Team 17. Team 17 kennen wir damals noch aus Worms-Zeiten. Also die haben halt natürlich auch einen Namen. Das heißt, die haben es einfach auch sehr viel leichter, ein Spiel zu publishen. Aber ja, man muss sich absetzen. Denn gerade in dem Zeitalter der digitalen Stores, wie beispielsweise Steam, ist es auch einfach leichter, denn je was zu kaufen. Auch auf der Switch, da hinterlegt ihr einmal eure Paypal-Daten und dann geht ihr in den eShop, macht einen Klick oder vielleicht einen zweiten Klick für eine Bestätigung und ihr habt das Ding gekauft. Früher musste ich losmarschieren, bin in Saturn gegangen, im Mediamarkt, musste gucken, hey, wo gibt es das Spiel überhaupt? Habe es mir dann angeguckt, habe es dann gekauft. Ich meine, klar, da gab es noch immer eine Anleitung zu dem Spiel dabei. Habe ich geliebt, vorher die Anleitung zu lesen. Das hat man jetzt alles nicht mehr. Aber dieser ganze Weg, das ist ja auch ein gewisses Hindernis, überhaupt erstmal loszuziehen und dieses Spiel zu kaufen. Und jetzt sitzt der Kauf oder dieser Kaufreiz wird einfach dadurch ausgelöst, dass man ein Klick oder maximal zwei Klicks und man hat das Spiel. Von daher, meine Antwort zur Frage, sind Spiele zu teuer? Nein, unter gar keinen Umständen. Unter gar keinen Umständen. Da steckt teilweise so viel Herzblut hinter von den Entwicklern. Das ist so viel Liebe, die da drin steckt, was man auch wirklich bei vielen, vielen Spielen sieht. Und dafür wollen die Leute auch einfach entlohnt werden. Wie gesagt, Wild Frost, unfassbar gutes Spiel, kostet 20 Euro. Wenn wir da die 30 Prozent abziehen, sind wir vielleicht bei 14 Euro. Ich weiß nicht, was sich Chucklefish als Publisher letztendlich noch einsackt. Was aber dann bei den wirklichen Entwicklern ankommt. Und wie gesagt, das sind zwei Leute, die dieses Spiel entwickelt haben. Das ist dann auch nicht mehr so viel. Und von daher, nein, es ist definitiv nicht so teuer. Bei den Vollpreistiteln, wie beispielsweise Hogwarts Legacy, da überlegt man eher, soll ich mir das jetzt kaufen? Soll ich mir das nicht kaufen? Ich meine, 60 Euro, ja, 60 Euro sind 60 Euro für ein Spiel. Und die Frage, die ich mir persönlich stelle, ist, werde ich Hogwarts Legacy lange genug spielen, dass es sich für mich lohnt, 60 Euro auszugeben? Werde ich dieses Spiel durchspielen? Gerade mit so vielen Spielen in der Bibliothek oder wie ihr hier seht, in der Wunschliste. 76 Spiele in der Wunschliste drin. Nein, wahrscheinlich werde ich nicht Hogwarts Legacy durchspielen. Und wahrscheinlich werde ich eher warten, dass es im Sale ist, dass es vielleicht irgendwann 30 oder 40 Euro kostet. Und ja, dann werde ich es mir kaufen, weil ich es gerne unbedingt spielen möchte. Das auf jeden Fall, ich möchte es spielen. Von daher ist das so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Sind Spiele zu teuer oder nicht? Das muss jeder für sich persönlich entscheiden. Da interessiert mich auch sehr eure Meinung. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, was ihr zu dieser Diskussion sagt. Wie viel seid ihr bereit auszugeben für ein Spiel? Ich meine, nehmen wir hier mal Fetz, das Spiel, was ihr hier seht. 10 Euro, warum habe ich es mir noch nicht gekauft? Einfach, es sieht super aus. Ich habe es mir draufgesetzt. Ich habe nicht diesen Drang, boah, das muss ich jetzt unbedingt zocken. Aber wenn es beispielsweise mal irgendwann drin ist und im Sale ist, dann werde ich es wahrscheinlich automatisch kaufen. Einfach um zu wissen, ich habe es im Backlog und irgendwann kann ich es dann mal spielen. Wie gesagt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr dazu sagt. Sind Spiele zu teuer? Ja oder nein? Abschließend kann ich noch sagen, das muss jeder für sich entscheiden. Aber vergesst dabei bitte nicht die Entwicklung, was Spiele damals gekostet haben. Wenn es jetzt so wäre, dass damals alle Spiele umgerechnet 20 Euro gekostet haben und jetzt das Dreifache, könnte man sagen, ja, das ist alles teurer geworden. Auf jeden Fall. Aber früher für den Super Nintendo oder für die PS1 hättet ihr nicht für einen Fünfer oder für einen Zehner, gerade wenn es im Sale ist, irgendwie massenhaft Spiele bekommen. Von daher würde ich sagen, die Spiele sind eher günstiger geworden, gerade wenn man Sachen wie Inflation mit einberechnet. Die Spiele sind günstiger geworden. Aber ob der aufgerufene Preis wirklich das für jemand persönlich wert ist oder ob man sich dafür bereit fühlt, das zu zahlen oder nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Wie gesagt, lasst es mich gerne wissen. Kurzer Spoiler. Ihr werdet mich auch bald auf Twitch antreffen. Dort werde ich auch ein wenig live zocken. Kommt dann sehr, sehr gerne rein. Ich freue mich auch auf jede, jede, jede Diskussion, die wir dann dort haben werden. Sei es um dieses Thema oder über irgendetwas anderes. Und wenn ihr generell sagt, ey, ich habe hier ein Thema für das nächste, wir müssen reden, lasst es mich wissen. Dann reden wir drüber. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.